In diesem Video möchte ich mit euch über die brasilianische Newbank sprechen und ob diese Aktie interessant ist. Damit herzlich willkommen bei Marx & Brothers, mein Name ist Philipp Marxen und es ist ein Wunsch gewesen, den Fabian, du hattest das beim letzten Video geäußert, diesen Wunsch. Und ich habe mir die Newbank immer mal wieder angesehen in den vergangenen, ja so circa ein, zwei Jahren das Ganze verfolgt. Sie sind ja etwa seit einem Jahr an der Börse, aber schon vorher aktiv, von daher folgt jetzt auch dieses Video. Und wenn ihr Wünsche habt zu Videos, dann bitte einfach in die Kommentare. Ich kann nicht versprechen, dass ich zu allem etwas sage und ein Video zu machen, aber zu manchen werde ich dann ein Video machen. Und die Quartalszahlen sind gerade rausgekommen, der Newbank und diese Quartalszahlen machen einfach Spaß. Denn wenn wir uns hier ansehen, sie hatten vorher oft so Nettoverluste geschrieben von so 30 bis 60 Millionen im Quartal und zum ersten Mal jetzt wirklich ein bisschen größeren Gewinn von 7,8 Millionen. Wenn wir uns das Ganze auf adjustierter Basis ansehen, dann weisen sie sogar einen Gewinn von 63 Millionen aus für das dritte Quartal. Also eine sehr, sehr positive Entwicklung, wenn man es im Vergleich sieht. Und auch hier eine andere tolle Grafik aus ihren Investor Relations Präsentation für das dritte Quartal ist einfach, wie viele Kunden sie insgesamt haben. Und es ging eben langsam los und mittlerweile haben sie über 70 Millionen Kunden, vor allem in Brasilien, aber auch in Mexiko und Kolumbien. Und ich kann euch sagen, ich kenne auch einige Leute, die Newbank-Kunden sind, die insbesondere darüber eine Kreditkarte haben, in Kolumbien zum Beispiel auch, und weiß deswegen, ja, diese Kreditkarten werden genutzt, die Newbank wird genutzt. Das sind jetzt keine Zahlen, die so auf den ersten Blick unrealistisch erscheinen. Risikohinweis vorneweg, gerade bei solchen doch eher schwierigen Strukturen kann es sich immer auch Fehler einschleichen und bitte bildet euch eure eigene Meinung. Ja, was ist das Business der Newbank? Die Newbank ist in ganz vielen Bereichen tätig, allerdings sollten wir uns vor allem auf das wesentliche Business konzentrieren und das sind eben Kreditkarten und Debitkarten. Also gerade über dieses Karten-Business versucht man dann hier in den Markt reinzukommen und darüber dann verschiedene Module weiter auszubauen. Und der Markt, das bedeutet Lateinamerika, im Moment Brasilien, Kolumbien und Mexiko. Man hat in Brasilien angefangen, ist dann nach Mexiko gegangen und ich glaube so seit anderthalb, zwei Jahren ist man jetzt auch in Kolumbien. Der Gründer ist Kolumbianer und das Head Office ist in Sao Paulo. Aber man muss sagen, durch diese Kreditkartengeschichte ist es oft das Einfachste, wie man in den Markt kommt und sehr viele Leute haben eben keinen Zugang zu Bankdienstleistungen und Kreditkarten in Lateinamerika. Und deswegen ist das wirklich ein Painpoint, den diese Firma angeht. Aber wir sehen hier nochmal, dass eben diese Kreditkarten Umsätze für einen Großteil oder einen wirklich wichtigen Teil der Umsätze von Newbank ausmachen. Und was bedeutet das? Naja, wenn jemand mit der Kreditkarte etwas zahlt, dann bekommt die Bank, diese Issuer-Bank, normalerweise einen kleinen Betrag dafür. Sagen wir mal 1%. Das Kreditkartennetzwerk, also zum Beispiel Mastercard oder Visa, bekommt dann noch einen sehr kleinen Betrag, vielleicht 0,2%. Und natürlich muss auch irgendwas noch bezahlt werden an diese ganzen Acquirer, die dann zum Beispiel die Maschinen bei den Firmen hinstellen, um das Ganze abzurechnen. Oder wenn das online gemacht wird, dann halt online. Also das war ein wichtiger Revenue. Von daher ist es wichtig, dass diese Kreditkarten und die Debitkarten, die die Newbank ausgibt, eben auch genutzt werden und ordentliche Umsätze darüber generiert werden. Und wenn wir uns das ansehen, hier auf der rechten Seite, Purchase Volume per Customer, sehen wir, dass mit der Zeit, mit den Monaten wird das immer mehr. Und in die ältesten Kundengruppen, die so 2017, 18, 19 gewonnen wurden, haben jetzt häufig schon um im Durchschnitt 200, 250, 300 Dollar Kreditkartenumsatz im Monat. Dazu muss man sagen, dass natürlich zuerst sehr reichere Kunden gewonnen wurden, eher Kunden, die mehr Geld zur Verfügung haben und mehr Geld ausgeben wollen. Und jetzt die letzten Kundengruppen sehen wir, sind eher Kundengruppen, die einfach nicht so viel Geld zur Verfügung haben und auch nach 12 oder 24 Monaten immer noch praktisch monatlich teilweise nur 100, 150 Dollar über diese Kreditkarte bezahlen. Insgesamt wird in Lateinamerika, in den Städten mittlerweile, ich würde sagen, mindestens so viel mit Kreditkarten gezahlt wie in Deutschland. Klar, man liegt noch weit zurück im Vergleich zu Asien, im Vergleich zum Beispiel zu China, Südkorea, aber auch zu Ländern wie Holland oder Schweden, wo praktisch alles mit Karte bezahlt wird. So ist das natürlich in Südamerika nicht. Aber es ist eben auch nicht so wie in afrikanischen Ländern, wo sehr, sehr wenig mit Kreditkarte bezahlt werden kann, sondern mittlerweile ist doch vieles auf Kreditkarten ausgelegt. Viele Delivery-Apps gibt es. Es gibt auch viele Möglichkeiten, zum Beispiel in Restaurants in den Städten zumindest mit Kreditkarte zu zahlen. Und deswegen sieht man hier ganz gut auch auf der linken Seite das Gesamtvolumen, wie das ansteigt und das ist um 75% im Jahresvergleich angestiegen. Also man hat sich hier vor allem eben auf diese Kredit- und Karten fokussiert. Aber wenn wir ein bisschen tiefer reinschauen, dann sehen wir auch, we have incurred losses since our inception. Inception, also die Gründung war so 2013, ist also von daher schon durchaus eine Unternehmung, die ja schon fast 10 Jahre am Start ist, wobei sie natürlich erst in den letzten 5, 6 Jahren wirklich besonders groß wurde. Und man hat immer auch in den letzten Jahren immer kleinere Verluste gemacht, 2020, 19 und 18, immer so um die 30, aber auch mal 170 Millionen Jahresverlust. Und ob das, und 2021 war auch ein Verlust und ob das 2022 mit einem Gewinn abschließt, ist zumindest fragwürdig, auch wenn es jetzt erste positive Zeichen gibt. Wenn wir uns das hier jetzt mal ansehen, Net Income quartalsweise gesehen, und das ist jetzt eben nicht dieser adjustierte, sondern das, was praktisch dann festgelegt wird, dann sehen wir, dass es ja außer im Sommer 2020 und eben jetzt im dritten Quartal 2022, da gab es mal kleinste Gewinne, ansonsten doch relativ kontinuierlich Verluste. Aber diese Verluste steigen nicht an, sondern nehmen eher ab prozentual und vor allem prozentual nehmen die Verluste ab, weil das Geschäft natürlich stark explodiert. Und da ist nochmal, wie gesagt, die Folie von vorher über die Profitabilität. Eins vorneweg aus meiner Erfahrung in Südamerika oder in Lateinamerika ist es so, dass eher Kunden, die nicht schon bei anderen Banken sind, zur Newbank gehen. Die Newbank ist vor allem, wie gesagt, sowas wie ein Add-on für Leute, die einfach ein Basiskonto brauchen, die eine Kreditkarte oder Debitkarte brauchen. Aber die Newbank macht jetzt zum Beispiel sowas wie Immobilienkredite nicht. Von daher sind gerade Leute, die schon mehr etabliert sind, ein höheres Einkommen haben und so, sind eher bei anderen Banken in diesen Bereichen. Ihr wisst, ich investiere gerne in die BBVA in Mexiko oder in die BBVA und diese ist die größte Bank in Mexiko und vielleicht die dritte oder vierte Stelle in Kolumbien. Und auch in Brasilien sind eben die brasilianischen großen Banken mitführend in dem Markt. Aber die Newbank gewinnt hier Marktanteile und versucht eben ein standardisiertes Produkt an möglichst viele Kunden zu geben. Und ja, man hat es eben geschafft, 70 Millionen Kunden zu gewinnen. Und das Risiko sehe ich einerseits auch in einer relativ komplizierten Struktur. Die Newbank ist an der NIC in den USA gelistet. Die Holding sitzt aber auf den Caymans, die Hauptquartier in Sao Paulo und man hat hier Unterfirmen in zumindest diesen ganzen Ländern. Aber ich glaube, es geht um insgesamt so 30 Unterfirmen. Und man hat keine Banklizenz, sondern es ist ein Fintech oder hatte vor kurzem zumindest keine Banklizenz. Wie sich das entwickelt, müsste man weiter sehen. Und auch von der Transparenz ist man schon meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Aber man hat hier so eine Art Bonus, dass man sich als Growing Company oder sowas definiert und deswegen etwas reduzierte Transparenz und Reporting Requirements in den USA hat, als das für andere Firmen der Fall ist. Trotzdem gibt es auch vieles Positive eben, dass es eben kein Reverse-IPO oder so ein Speck-Deal war, sondern sie sind relativ normal als IPO an die Börse gegangen mit einem Prospekt. Und da steht eben sehr, sehr viel drin. Mehr dazu auch am Ende nochmal. Trotzdem, das ist ein Risiko. Ein anderes Risiko ist, dass es eben nicht nur durch die Kreditkarten-Umsätze Geld generiert wird, sondern eben auch durch die Kreditkartenschulden. Und diese Kreditkartenschulden steigert die Newbank, genauso wie sie alles andere praktisch pro Quartal, pro Jahr sehr, sehr stark steigert. Allerdings sehen wir jetzt hier, dass die Ausfälle auch deutlich zunehmen. Wir haben jetzt Ausfälle über 90 Tagen, also wo praktisch Kunden über 90 Tage im Zahlungsrückstand sind, liegen jetzt so bei circa 5% und sind angestiegen von Ende 2020, wo sie so bei 3% lagen. Also ein negativer Trend, den man beobachten muss. Und insbesondere bei den 15 bis 90 Tagen NPLs, normalerweise nennt man das dann nicht unbedingt NPLs, aber sei es drum, hier sehen wir eben auch einen Trend, der seit dem dritten Quartal 2020 ansteigt und jetzt auch so um die 4% liegt. Das heißt, von diesem Basket könnten natürlich mehr auch in diese über 90 Tage reinkommen und das ist dann, wenn sich das noch verstärkt, dieser Trend, könnte es zu größeren Abschreibungen kommen und das ist natürlich ein Risiko für die im Moment schon sehr schlechte Profitabilität der Newbank. Wie ist das jetzt in Investieren? Also wir haben einige Probleme, wir haben aber auch eben dieses gigantische Wachstum und diese gigantische Anzahl an Kunden und ich kann das auch nachvollziehen, weil wie gesagt, ob das jetzt 70 Millionen ist, das kann ich natürlich nicht sagen, aber wenn man mit Leuten aus Brasilien spricht, wenn man mit Leuten aus Kolumbien spricht, dann werdet ihr auf jeden Fall Leute finden, die Newbank Kunden sind und das auch nutzen und die kennen auch alle die Newbank. Also von daher ist das auch durchaus nachvollziehbar und die Newbank wird sehr positiv gesehen, also von daher spricht einiges dafür, aber eben auch einige Risiken dagegen und ein großer Grund, was mir so ein bisschen missfällt oder wo ich einfach nicht sicher bin, ist der CEO David Veles Osorno, wie gesagt, er kommt aus Kolumbien, aus Medellin, ist aber wohl teilweise dann woanders aufgewachsen, auch da gibt es unterschiedliche Geschichten. Es gab eine Sache, wo er wohl als Neunjähriger nach Brasilien kam, das war glaube ich ein falscher Zeitungsartikel, andere Zeitungsartikel sprechen davon, dass er so mit acht Jahren, acht, neun Jahren nach Costa Rica gegangen ist, er kommt aus einer Unternehmerfamilie und man muss sagen natürlich, das war gerade so die Endphase von Pablo Escobar, wo es in Medellin sehr hoch herging und zumindest da ein paar Hinterfragezeichen. David Veles Osorno hat eben die meisten dieser Class B-Shares, also es gibt hier bei der Newbank sehr viel wie eine Technologiefirma wird das geführt und es gibt A- und B-Klassenaktien. Die B-Klassenaktien haben deutlich mehr Stimmrechte und so kommt es einfach, dass der CEO praktisch alles überstimmen kann. Das heißt, wenn man hier rein investiert, muss man einfach diesem CEO vertrauen, auch nicht nur, dass er diese Firma weiterentwickelt, sondern eben auch, dass er diese praktisch zwar Mehrheitsaktionären, aber Minderheitsstimmrechtseignern hier auch mitnimmt in diese Entwicklung. Und wir sehen hier mehr auch, dass durchaus für diese ganzen Manager sehr viele Stock-Based Compensations dann auch ausgeschüttet werden. Also nochmal die Frage, vertraut man den Managern und ist man da im gleichen Boot? Eben eigentlich ist man nicht im gleichen Boot, man hat andere Aktienklassen und man müsste es eher sehen wie eine Art Technologiefirma. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt der Valuation, der Bewertung des Ganzen. Für Banken macht es einerseits Sinn, das Ganze mal im Vergleich zum Buchwert und zwar zum Tangible Book Value zu sehen, also ohne sowas wie Goodwill. Und dann sehen wir, dass im Vergleich zum Buchwert ist eben die Newbank extrem hoch, immer noch über dem Vierfachen dieses Buchwertes. Während bei BBVA sind wir unter dem einfachen Buchwert. Das muss jetzt nicht heißen, dass BBVA dadurch eine besonders gute Investition ist, aber es heißt natürlich, dass im Vergleich zu anderen Finanzfirmen Newbank besonders hoch bewertet ist. Und auch im Vergleich zu den Umsätzen ist die Newbank sehr, sehr hoch bewertet. Hier wiederum im Vergleich zu BBVA 1,5-fache ist sehr, sehr niedrig bewertet im Vergleich zu zum Beispiel guten amerikanischen Banken, aber die Newbank mit 15,6-fache ist sehr hoch bewertet. Das heißt, wer hier investiert, der muss davon ausgehen, dass diese gute Entwicklung, die die Newbank genommen hat, zumindest noch zwei, drei Jahre so weitergeht und sich insbesondere in Profitabilität dann auch niederschlägt, in deutlich höhere Profitabilität. Und man braucht zusätzlich die Annahme, dass das Management auch eben diese Minderheitsaktionäre oder die mit den Minderheitsstimmrechten auch daran partizipieren lässt. Und mir ist es einfach, die Bewertung ist mir persönlich etwas zu hoch, aber klar, es ist eine tolle Entwicklung und ich möchte das weiter verfolgen. Wie habe ich jetzt investiert? Und ja, ich habe eine Art Investment da gemacht. Das findet ihr dann in meiner Newbank-Analyse, die ich auf der Webseite marxenbrothers.com publiziert habe. Bitte schaut doch mal da rein. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für weitere Videos und ich glaube, ich werde in der nächsten Zeit eher wieder mehr Banken analysieren, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao.